Urdhva Mukha Adho Janu Svanasana ist eine Variation des Hundes mit Knien auf dem Boden, letztlich auch eine Variation der Katzenstellung. Komme zum Vierfüßlerstand und schaue dabei nach oben. Urdhva Mukha heißt, du schaust nach oben und Adho Janu heißt die Knie unten und Svanasana ist der Hund. Es ist also einfach eine andere Bezeichnung für entweder Pitilasana, die Kuh oder auch die rückbeugende Katze, Marjaryasana.